So, da sind wir wieder zu Let's Play SvenXXL und heute geht's in das Level X-Maze 2003-01. Ist ja schon die ganze Zeit her, muss ich sagen. Aber hinter gibt's hier, dass die ja vielleicht nicht mit Schweren sind. Naja, ich muss sagen, das als Gegner ist auf jeden Fall angenehmer als die Aliens. Weil den überschätzt man öfter, als dass man nicht unterschätzt. Dann kommt er auch nicht hinterher. Das gibt's im Langsdruck eigentlich im Vergleich zu Lägen. Die Indiz, die kommen ja hier teilweise mit vier Mann dahin her und ja. Ist da ein bisschen wie bei Pac-Man, wenn wir mit zehnmalen Einwand angriffen. Aber man kann auswählen. Ich dachte, ich hätte sie denn abgehängt. Scheiße. Ich dachte, ich hätte sie denn abgehängt. Nein. Nein. Das liegt gerade aufs Geschenk, wo die zehnmal hier. Das ist eine Ecke, wenn ich mich auch noch mal zu machen. Das war's für heute. Ja. Nein, genug Zeit. Hier sind noch alte Geschenkteile. Scheiße, das ist knapp. So, mit scharfen Spuren. So, das ist irgendwie jetzt Weihnachtsbesuchserben zu sagen. Und gehen mit der Rung auf. Naja, die Pflanzen dürfen nicht beruhigen. Tays und die Teddys dürfen nicht so aus. Wir pflanzen sie nicht. So, das ist alles. So, weiter gehts. 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 Well, das kann man koskaeng salesen. Bis zum nächsten Mal. Du siehst doch eine ganz schöne Sache hier. Oh, mir ist noch ein Fußgabe. Ich finde wirklich Sven ist eines der lustigsten Spiele, die es auf dem Spiel gibt. Wobei man kann auch nicht auf den Faden ausstellen. So wie jetzt mal wieder. Ich finde das ist einfach nur scheiße, dass man das doppelt genetzt hat. Wenn man jetzt mal wieder verdient hat. Uff, ne, ich weiß gar nicht mehr. Ja, hier bin ich. Bist du, ne, ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich mal wiederdachschen. Oh, ey, deshalb ist es so genug. Ich habe den Schaden gegründet. 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 Was mir jetzt hier wirklich schraubt macht? Scheiße. Ah, ich dachte ich komme weg. Na ja, was solls. Wir müssen uns eben als Tekken zauert. Ziemlich weit unten eintragen.